Erfahre mehr über Jacks Geschichte. Oh ja bitte. Er hat bestimmt voll die erotische Geschichte mit Moxie zu erzählen. 100%ig. Achtung, da kommen wieder Mopeds. Jetzt haben wir die andere Dings drin. Ja, die Geschichtsquest. Oh, ich baller die so tot hier. Ich baller die so lebendig hier. Bitte hilf nicht, dann muss ich wieder umzwitschen. Das muss man... Muss hier anpassen, ne? Muss hier dynamisch sein. Das ist das, was mich an dem Spiel so reizt, die Dynamik ist, ne? Dynamität. Jetzt kriegt er mit Säuren und stirbt, so. Mit Er muss ich nachladen, das ist immer super. So, jetzt hab ich hier gereinigt. Wo seid ihr? Hier. Okay, das ist schön. Hier müsste doch noch was sein mit Geschichte von Jack. Hier ist ein Feuerfässer, dann müsst ihr aufpassen. Ja, das ist da oben noch. Hier ist ein Feuerfässer, aufpassen, wiederhole nochmal. Achtung, Feuerfässer, Achtung, Achtung. Feuerfässer, Fässer. Achtung, jetzt auch Säurefass entdeckt. Oh, Sprengstofffass. Oh, jetzt haben wir Feuersäure und Sprengstoff entdeckt. Das ist sehr krass. Jetzt haben wir die Geschichte der Kammer erfahren. Oh mein Gott. Oh, crass. Die Geschichte der Monster. Gehen jetzt an. Oh Gott, ich hab Angst vor Monstern. Ich hab Angst vor Moxie. Zu jeden Abend unter deinem Bett, ob da was ist. Ob deiner Moxie ist. Ist ne Waffenkiste. Oder hattest du schon mal ne Moxie unter deinem Bett? Ich hab noch nie gesehen. Äh, noch nie eine gesehen. Noch nie gesehen. Ich hab noch nie gesehen. Ein Moxie unter deinem Bett. Was fliegt denn da oben? Mein Bett ist Moxie. Achso. Ein Fensterputzer. Säurefass explodieren lassen. Cool. Hier sind Pistolen in dem Kistchen. Warum hilft der uns? Oh, der hilft uns. Wer hilft uns? Der Reparaturwart aus dem Himmel. Ne, der schildert. Ne, der repariert die Mopeds. Ne, der hat den getötet. Oh, Constructor hinter uns. Bei der Rain. Wieso hat der da hochgekommen? Über Jumpy Jump. Alter Vater, ey. Schockbar, Achtung. Wer schießt denn hier so krass? Okay, jetzt geh ich ab. Bitte stirb. Dankeschön. Achtung, der Constructor schießt ne dicke Rakete. Granate. Bam. Krieg ich den denn von hier aus nicht? Verdammt nochmal. Wofür bin ich denn Sniper? Oh Gott, das ist ja voll die... Da, jetzt hat er sein Auge freigelegt. Badass. Constructor ist das so... Oh shit. Ich hab mir einen neuen Skin verdient, bin aber leider gestorben. Das sind tragische Momente hier. Boah, Lance. Krass. Ich glaube, das werde ich nicht. Der macht voll die lustigen Geräusche. Ich sterbe. Kannst du mich retten? Ja. Wo bist du? Hier, ich bin noch bei dir. Ich bin noch bei dir. Bleib doch stehen. Gott sei Dank im Hör. Gib sie ihm in sein Auge rein. Kann leider nicht. Ich hab keine Raketen mehr. Ne, du kannst ja auch normal schießen. Nein. Mit Raketen bin ich besser. Achso, dann... ...lieber gar nicht schießen. Ich esse nichts. Den kriegen wir locker. Achtung! So krass, der Jetloader hier ist. Der FV3. Wow, wow, wow. Leidy, ich bin da. Mach dir keine Sorgen. Neben mir ist direkt ein Bullloader. Ich bin nicht da, Leidy. Ich bin hinter die Alte an. Komm, wir gehen zusammen. Na, warte, ich hab ihn, ich hab ihn. Hier, warte, ich komm zu mir in Deckung. Hier, hinter die Achtung. Zurück, zurück, zurück. Oh, Mann, Junge, ich sag noch zurück. Schnell. Ja, ich musste den Gegner erst platt machen. Oh, mein Gott. Aus dem ist die Rain ja da. Gott, die Rain ist da. Was schießt hier denn noch? Hinter uns. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hab ich dich. Gott, dankeschön. Leckomeo im Sacko. Was hat der denn hier gehabt, Aul? Bestimmt, weil du die Waffenkiste aufgemacht hast. Wir waren doch noch gar nicht hier. Die war da ganz hinten oben. Hier steht auch eine Waffenkiste. Oh, nee, hier. Eine Shotgun nehm ich mit. Warte mal, warte mal. Ruhstallschaden per Dings. Nimm ich mal mit. Nimm mal mit. Ein Gewehr für dich, Random. Oh. Liegt da auch. Hier ist ein Medikid. Ich brauche Munition. War hier eigentlich nur Munitionsdinger? Ja, ich brauche auch dringend da Munition. Ich sammle gerade einen. Raketen brauche ich immer. Geh mal hinten hoch und guck, ob ich da was finde. Oh, warte mal, hier ist einer. Ein heißer Loader. Oh, jetzt war kalt. Ha. Was ein Joke. Ha. Witzig. Kann ich ja was abschließen. Können wir euch mal was machen? Können wir was anhören? Mach mal was, genau. Ja, hört ihr das? Blöd. Hier gibt's ne Geschichte zu erzählen. Hier gibt's ne Geschichte zu erzählen. Ich muss hier mal kurz oben gucken, ob ich da an die Munition rankomme. Dating Shops. Ist das strange? Mhm. Also wir haben die Geschichte der Monster erfahren. Fuck. Was ist der denn? Ach, nix. Alles gut. Ist wie am Damm. Klassenmord für ein Assassin. Ach, doch keiner. Was kann der? Lauter und Schaden. Oh, nee. Ich brauche unbedingt nen Upgrade für meine Buckets. Nicht bewegen! Doch, ich beweg mich. Mir war's auch auf. Oh, du. Handel. So. Na ehrlich, wozu braucht man das? Meine Fresse. Wer fährt denn hier noch rum? So. Hier ist noch ein Auspuffezeichen. Hier wollte ich doch eigentlich hin. Ach, hier ist ein Brett. Ein Brett ist hier. Ein schwarzes Brett. Ein schwarzes Brett. Ich kenn so einen Brettbauer, der ist voll cool. Der Brett Pit. Ja, Brett Pit, genau. Der auch. Aber der, den wir kennen, der ist noch cooler. Der ist Brett Pit 3000. Brett Pit. 3.0. 3.0 schon, ja, genau. Hier ist ja nix. Wofür hab ich denn hier aufgeräumt? Und nicht mal ein Werfenkistchen. Aufräumen ist aber auch wichtig. Das wirst du dir später mal... Ja, also am Sonntag kann man das ja auch mal machen, ne? Hast du die Pistolen angeguckt? Habe ich nicht genommen. Habe ich ja nicht genommen. Habe ich ja nicht genommen. Ich würde ja für die Geschichte des Eridiums-Ad interessieren. Sollen wir da mal drücken eben? Drücken nochmal. Ja, bitte. Eridium. Ne krassen Bilder hier. Oh, Waffenkiste. Ein Gewehr und eine Schrotflinte. Hier ist, hier ist Dingens. Hier ist, äh, äh, äh. Oh, oh. Dingens. Moped. Hier ist Dingens Moped. Achtung, Achtung. Guter Rabe oder so. Der Falke Dingens. Der liegt hier rum. Von, von. Ja. Wieso ist der so groß eigentlich? Der ist ja voll der XXL-Falte. Der ist ja so... Den haben wir doch gekillt. Ist der tot? Ja. Ach, guck mal, der hat ja so Aufsteller von sich. Oh, das möchte ich auch. Bloodwing ist hier. So heißt der. Liegt hier rum. So als Trosheer. Wir fahren mal eben die Geschichte von Hyperion. Warum komme ich denn hier nicht hoch? So, ich komme. Ich stoße jetzt mal zu euch. Hier, hier ist Bloodwing. Ja, ich komme ja schon. Muss erst mal gucken, wie ich hier rüberkomme. Eros. Hyperion hat so viel wie Eros. Okay, wir haben alles in Ordnung. Macht dir ein klares Bild. Ich hänge an dem dran. Ich hänge voll an dem. An ihr. Kann man den wohl hinterher noch wiederbeleben? Das wäre cool. Okay, der fehlt der Kopf. Ich glaube, das wird schwer. Ich glaube auch. Das ist übrigens die lebende Legende der Pizza. Danke für Ihren Besuch. Die Lady Gecheckstube. Was ist denn hier los? Leckt das bei euch auch gerade so? Ein bisschen. Ich werde hin und zurückgesetzt. Das war halt ein wenig. Jetzt macht Tangle auch schon Probleme, oder was? Aber das lädt trotzdem über das Thema, wo wir Tangle anhaben. Oh, nee. Ich glaube... Oh, Alter, Alter! Auf einmal gehen sie alle auf mich drauf. Wow, was geht hier ab bei denen? Hinter uns ist auch schon scheiß Warlord da. Ist erledigt. Hab ich gekriegt. Der war einmal... Wow, was? Wo sind die denn überhaupt alle? Granaten. Wer steht hier noch rum? Ich... Oh, jetzt. Ich bin da. Ich muss den erst töten. Der steht direkt neben uns. Wie blöd der da rumhüpft. Das ist Jack. Jo, ich sterbe da mal. Ist das Jacks Double, oder was? Wieso stirbst du immer direkt? Einfach rein. Weil der Balken runtergegangen ist. Ich dachte, der wäre fertig gewesen. Wow, was zur Hölle? Was schießt denn hier so krass? Haut da mal ordentlich Granaten rein. Nee, wir müssen hier raus. Hier sind auch noch Geschütze an der Decke. Hey, ich mache auch keinen Schaden mehr. Ich habe schon mal Schaden gemacht. Krasse? Ja, ich bin weiter... Ja, da, da. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Das Geschütze ist so krass. Ja, das macht ordentlich. Damage, Janic. Komm, den kriegst du doch. Ach, du hast ihn schon. Sieht uns weit weg. Ey, hier leckt es doch irgendwie. Ich treffe überhaupt nicht mehr. Ey, ich hasse das. So. Es gibt noch einen, den wir killen müssen, oder? Ja, ja. Wir müssen das Doogle noch. Und was schießt hier denn? So. Hier sind wir wieder. Das ist Borderlands gerade irgendwie abgeschmiert. Egal, wir haben nicht viel gemacht. Eigentlich gar nichts. Es geht immer noch um Jacks Doogle. Da hinten ist er. So, wir müssen jetzt die Dings austricksen. Warte, lass mich mal aus der Entfernung die anderen um ihn rum platt machen. Ich will den gar nicht. Ja, der ist da hinten. Da hinten ist er. Aber er schießt noch nicht auf ihn. Ich versuche erstmal die ganzen Typen um ihn rum platt zu machen. Wo siehst du den überhaupt? Ähm. Da, da läuft er. Okay, ja, ja, ja. Nur, ich habe da noch ein paar Grad, ein paar Grad Ingenieure gesehen. Er ist schon ein bisschen getroffen. Er hat schon ein Achtel verloren. Wohl, so viel sind da gar nicht mehr. Ich glaube, ich nehme ihn gleich. Warte, ich muss kurz drauf warten. Bis mein Multiplikator sich hochgedehnt hat. Ich bin so an der Seite so ein bisschen rum. Ach, ich habe keine Sicht auf ihn. Der hat dich gleich. Mich? Mhm. Ich bin doch über ihm. Der kann mich gar nicht haben. Ja, das ist doch dem egal. Der nimmt doch... Habt dich. Kann man diese blöden Geschütze nicht ausschalten? Ja, die ist einzig schon kaputt dahin. Fuck. Fuck, Alter. Was die für Schaden machen. Und die sind zu weit weg. Ich kriege den nicht. Ich kann nicht zoomen, wenn ich tot bin. Das ist total ätzend. Nee, das... Boah, ich bin direkt in einem Schiff. Wow, doch, ich habe ihn gekriegt. Kann ich wohl zu dir hin? Alter, die sind ja direkt bei dir. Ja, du musst ganz schnell in die Ecke. Du musst ganz schnell in die Ecke. Ja, komm her, mein Freund. Ich gebe es dir mit dem Pickel hier. Mit dem Pickel. Boah, jetzt kriegt er auf den Sack einfach. Der ist doch gut wie dran. Der ist doch gut wie dran. Oh, ich habe auch gut gestoßen. Jetzt hat das Schiff wieder aufgeladen. Mist. Was für ein Popel, Mann. Warte, bleib da. Warte, bleib da. Ich mache kurz das Geschütze da oben kaputt. Mach das. Wir müssen jetzt schon mal in der Wand gehen. Dann kriegen die uns nichts. Wo ist denn hin? Wo ist denn jetzt das Jack-Google hin? Da. Geht nicht los. Nee. Geht nicht los. Naja, genau. Ich glaube, der hat sich zu den Geschützes zurückgezogen. Dir ist nichts. Doch, da unten. Alter, was ballert der denn da? Was zur Hölle, ich trete dich. Alter, was zur Hölle. Jetzt geht ab. Die kriegen wir. Kein Problem. Ich muss nur zu dem hinkommen. Ich brauche jetzt mit Raketen auf den Raum. Mit Scheißegal. Krass. Der lässt sich auch nicht Ding... Facebooken. Warte, warte, warte. Multiresistent. Was? Warum drückt der nicht E? Weil ich tot bin. Ah. Sollten die bis Ding laufen kommen. Love is in the air. Keine Munition. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Ja, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Tut mir leid. Oh, da stehe ich. Wo kommt man denn hier hin? Ja, danke, dass ich diese Rekonstruktion benutzt habe. Ja, ja. Fick dich doch. Sterben sie bald wieder. Scheiße. Ich habe mich wieder aufgerappelt und jetzt bin ich hier ganz alleine. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ich war direkt neben dir, aber leider bin ich auch gestorben. Ja, komm, jetzt mal regenerier dich doch. Und wir irgendwie Munition finden, die ich mitnehmen kann. Munition war sehr, sehr gut. Und wieder, krass. Jawohl, ein paar Munitionsdinge habe ich gespürt. Wir hoffen, du genießt dein New Year. Leck mich fett, ey. Leck meine Lippe. Ich muss hier gerade kurz weg. Zu viel. Das geht hier in der ganzen Stadt lang. Es ist auch irgendwie... Hallo, wieso komme ich hier nicht drüber? Es ist Nacht geworden, ne? Ja. Auch plötzlich, als wir gegen den gekämpft haben. Es ist plötzlich Nacht. Das ist nur sein Double. Was denkst du, wie der Endkampf wird? Brutaler als brutal. Das cheaten wir einfach. Brutal hast du, was du je in deinem Leben erlebt hast. Wir cheaten uns die besten Waffen der Waffenkiste. Von der Waffenkiste von dem König. Der Welt. Ich habe es einfach nur die Funktion aufgenommen. So. Warte mal ein bisschen Geschichte nochmal. Du bist so gut, du bist so gut. Ja, die Taschenuhr zeichnet auch tot auf. Jetzt gibt es hier auf den Roboterarsch, meine besten Freunde hier. Jetzt wird die grobe Kelle rausgeholt. Boah, verreckt auch echt. Diese ganzen Fluchdinger gehen einem auch extrem auf. Ich bin so sad. Das ist so crazy right now. Oh, fast. Wow, was hat der denn da für... So ein Mixer in der Hand. Achso. Direkt neben mir war ein Diff oder? Deswegen krass. Die kommen auch hier überall aus den Türen raus. Die sind ganz schön dreist, dass die die Türen hier kennen. Stirb, stirb, stirb. Der ist direkt vor mir. Zwei Badass-Loader direkt vor mir. Das ist schön. Oh nein, noch keine Munition. Aber den kriege ich ja noch. Shit. Ich habe den noch erledigt. Warum kriege ich das? Oder hast du den erledigt? Nein, ich habe keinen erledigt. Den haben wir überlegt. Egal. Ich habe dich. Du drehst dich da auf der Treppe total krüffelig. Danke. Süß, ne? Wie die beiden miteinander kommunizieren. Schreib es mir in die Kommentare, Leute. Ach, hier guckt doch keiner zu. Oh, nee. Dieser Badass-Loader, der macht mir so den... Der versohlt mir so den Poppes. War Angst vor dem, ne? Oh, ich bin voll am Glitzern. Danke. Wo ist der denn? Da oben. Müssen wir mal die Waffen wegschießen. So. Jetzt alle. Waffe Nummer 1, Waffe Nummer 2. Du bist so gut. Warum machst du das nicht weg? Ich wollte nicht immer sterben. Immer. Kack, Röperatur. Das geht mir so ab. Aber wie viele Kampel, ey. Das ist krass, ne? Aber jetzt haben wir... Rechts von uns ist noch einer. So, jetzt kann da nix mehr hier. Go dying. Was macht mir denn hier noch... Och, da steht noch einer. Ich nehm mal hinter dir Deckung. Oh, ich sterbe lieber. Nee, ich nehm sie nicht. Da kommen noch ein paar Badass-Leute raus. Das ist schön. Die läuft an uns vorbei. Zwei Toten und lacht erstmal. Huch. Keine Sorge. Das wird nicht. Dankeschön. Jetzt musst du ganz schnell weglaufen, weil hinter dir einer ist. Habe ich noch Granaten? Oh, hab ich sogar noch. Ich bin schon wieder tot. Leck mich doch... Verdammt nochmal. Kann man mal wiederbeleben, wenn man tot ist? Nee, ne? Nein, leider nicht. Das wär... Ja. Die Toten können die Toten wiederbeleben. Ja, das wär auch mal was. Das wär geil. Das wär voll Vampire Diaries, so. Vampire Diaries? Das wär so Vampire Diaries. Das ist doch niemand wiederbelebt, man. Wie wär das? Das wär Vampire Diaries. Ich darf auch mal irgendwas mit Vampiren sagen. Wird schon stimmen. Habe ich jetzt hier den Nerv getroffen und eine Lieblingssendung beleidigt? Nein. Gut, dann ist ja alles gut. Du hast quasi den Nerv getroffen und genau das beleidigt, was beleidigt werden muss. Ja. Seid ihr jetzt keine Freunde von Vampire Diaries? Nee. Ich guck das voll gerne. Wie heißt die Hauptperson? Vampire One. Achso. Du stehst bestimmt auf dem Rufloch hier. Diesen Schwuli. Ich stehe auf Buffy. Kennt ihr Buffy noch? Ich kenne... Ich kenne Buffy. Ich brauch mal ein Level ab. Die sieht bei euch aus. Das dauert bei mir noch ein bisschen. Für mich ist halb jetzt. Äh, hier ist der Acht da oben. Der kann doch nix. Doch, der kann ganz viel. Der macht so ein Riffel bei mir immer. So. Und das hier finde ich schön. Das brauch ich in meiner SimCity-Stadt auch, so ein Ding hier. So ein Drehding. Wusstest du, dass du auf den zukünftigen eine Haltestelle des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für tausend Monate kann man sich Wir müssen irgendwo rein. Wir brauchen irgendwo Munition. Hey, wenn das jetzt hier schon gleich gegen den Check geht, dann bin ich total schlecht ausgerüstet. Wir müssen den Informationsstand nutzen. Wow, was es geht.